Ich bin Ann-Kathrin Bär von der Osnabrück Marketing & Tourismus GmbH. Ich führe Sie über den historischen Weihnachtsmarkt in Osnabrück, der mehrfach als einer der schönsten im Norden ausgezeichnet wurde. Ich zeige Ihnen warum und was ich gerne auf dem Weihnachtsmarkt besuche. Wir stehen hier auf dem Marktplatz in Osnabrück vor der Kulisse des fast 500-jährigen Rathauses und der Stadtwaage direkt neben St. Marien. Der Kirchturm, wie Sie später sehen, bietet einen wunderschönen Ausblick auf den Weihnachtsmarkt. Aber nun zum Kinderprogramm. Der Nachmittag ist dafür reserviert. Ein Klassiker ist das Karussell, das seit 100 Jahren im Besitz der Familie Telsemayer ist und auf diesem Weihnachtsmarkt nicht fehlen darf. Der Nikolaus, der täglich ein Türchen öffnet, ist ebenso ein Highlight für viele Kinder. Einmal ein Geschenk. Viele der Standbeschicker kommen hier aus der Region. Den für Osnabrück typischen Käsegriller, eine Bratwurst mit Speckmantel, gibt es an diesem Stand auf dem Marktplatz. Es ist ein Ort für Verabredungen mit Menschen, die man mag, aber auch für nicht Osnabrück ein Ort zum Wohlfühlen und die besondere Stimmung entführt in der Vorweihnachtszeit in eine andere Welt. Der Domvorplatz ist nur eine Minute von hier entfernt und auch hier gibt es einige Highlights, wie die größte Spieldose und den größten Nussknacker der Welt. Mein Lieblingsstand ist der mit den Motivlichtern und Kerzen. Nun zeige ich Ihnen den schönsten Ausblick und das schönste Fotomotiv auf dem Weihnachtsmarkt vom Marienkirchturm. Wenn Sie noch etwas einkaufen gehen möchten, ist der Weg über die Kranstraße der stimmungsvollste, um in die Haupteinkaufsstraße zu gelangen. Möchten Sie wissen, was ich sonst noch auf dem Weihnachtsmarkt zu tun habe? Ich stelle das Programm für den historischen Weihnachtsmarkt in Osnabrück zusammen und bewerbe den Markt deutschlandweit und im Ausland. Bis bald! 2. 3. F말war verwendet 3. 5. Lausharren 5. 5. 7. 0. 12.